Gruselig war's. Der Nebel stieg aus dem See. Der filigrane Vollmond füllte, für flirtende Fledermäuse und die florierende Flora ganz famos, den Fischteich mit fabrikgrauem, aschfahlem Licht. Nur schemenhaft konnte man die nahe Umgebung überblicken. Vielen Dank, Herr Lord Thornberry. Los nicht so förmlich. Sagt's ruhig Eddie zu mir. Offenbar spielt hier jeder ein falsches Spiel. Ja, bis auf uns. Wir sind die einzig Normalen hier. Seit geraumer Zeit schon steigt es nachts aus dem See. Ein Ungeheuer. Wenn wir für dich ermitteln sollen, dann musst du uns schon alles anvertrauen. Jedes noch so kleinste, scheinbar unwichtige Teil könnte nachher ins große Puzzle passen. Ich bin Agent von der DAP, Dienst für Analyse und Prävention hier in der Schweiz. Ihr seid für aufgeben, hier raus zu gehen. Ja, absolut. Alles andere wäre Selbstmord. Jo, vergiss es.